Welcome back to Jurassic World Evolution in der Kass Theorie. Genau beim letzten Mal habe ich ja die riesen Bahn hier durchgebaut. Ach seht ihr, da habe ich ja eins vergessen. Ich bin mir gerade ein, man kann nämlich die Fahrzeuganzeige erhöhen, was durchaus Sinn macht. Bei der Größe fahren sie dann gerade rum. Oh, ich habe einen für mich alleine. Macht übrigens Spaß, sollte euch ruhig mal gännen. Hier durch den langweiligen Teil fahren die zwei. Forschung abgeschlossen, das ist schon mal fein. Ich habe gerade mal noch hier mit so ein bisschen angefangen. Ich muss ja noch auf das Genom warten. Wo sind sie denn? Ich sehe sie gar nicht. Der Hinterteam kann keinen Zugang finden. Wo denn? Natürlich die Frage, wo der gerade rumfährt. Okay, dringend mal langsamer machen. Und da treffe ich jetzt mal. Aufgabe wird er jetzt so voll. Was? Der hat doch gar nichts zu tun. Hm, wüsste jetzt nicht, wo der gleich hin wollte. Naja, kümmern wir uns um die wichtigen Dinge. Verdammt. Da will ich hin. Ich brauche jetzt eigentlich nicht. Du bist gut. Na ja. Was soll's? Na, sage mal. 40. 90. Nehmen wir die 90. 89%. 89%. Wo hat er 840.000? Na ja. Verdammt. Verdammte Axt. Ist das teuer. So, man sieht auf forschen kann ich auch mal nochmal. Da denke ich nie so dran. Okay. Personal brauche ich. Personal brauche ich. Da ist er. Einmal T-Rex. Coole Sache. Muss ich mal ein bisschen schneller machen. Kann ich ja trotzdem beobachten. Wo gehst du denn hin? So, geschwind. Neues vollständiges Genom. Feine Sache. Neues vollständiges Genom. Dann machen wir den jetzt richtig. Forschung. Dürretoleranz. Tätigkeit der Schuppen und Haut. Stoffwechsel. Gruppenanpassung. Härte der Zähne und Klauen. Der soll ja schon ein bisschen gefährlich werden. Okay. Da müssen ja alle ran. Irgendwo fehlt aber, kann ich mich erinnern, nochmal Schutzbunker. Jetzt nochmal wisst du wo die sind. Da ist relativ gut. Da fügt noch einer. Und dann schauen wir mal hier. Mit denen habe ich mich hier entschieden noch zu warten. Wo ist denn mein Fischfresser? Da ist er. Da ist er. Dann schauen wir mal. 800.000 kostet das Modifizieren. Belastbar. Okay. Eine Modifikation angewandt. Du ist dick. 25%. Ungesellig. Fit. Hm. Boah. Eine Mille muss ich dafür hinblendern. Naja. Was man nicht alles tut. gut. Also für den Sauerstoff. Also für den Sauerstoff. Passt aber auch gerade so. Verdammte Axt. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Das ist ja schon wieder was los. Na ja. Na ja. Das ist ja ganz Personal. Du darfst ja Pause machen wenn du da durch bist. Oder geht schon? Schauen wir mal. Ja. Geht ja schon. Eier auswählen. Drei Stück. Uh. Mag keine anderen Spezies. Bedroht alle. Verdammte Axt. 3,1 Mille. Ich bin ja direkt pleite. So. Dann muss ich erst ein bisschen sparen. Können wir natürlich mit ein bisschen Speed machen. So. Ich mach die doch mal weg. Eier aussondern. Was haben wir denn noch? Für. Die wir noch nicht haben. So. Ein großer. Bin natürlich auch cool. Die mach ich noch irgendwo hin. Ich weiß nur noch nicht wo. Verdammt. So. Und ich war am Schutzbunker bauen. So. Hier ist Wasser. Da ist noch einer. Auf jeden Fall hier immer noch irgendwo. So. So. Mann hier seid ihr ganz schön verfressen da oben. auch gar nicht auf der ist den ganzen Posten zugewiesen deswegen naja so ich wollte mal noch so ein Ding bauen dürfte langsam eng werden mit dem Strom mal hier einspeisen Parkbewertung wir sind schon mal im fünften Stern Einnahmen steigen um 12% 760.000 pro Minute ist schon geil aber ich muss trotzdem noch ein bisschen warten so jetzt können wir mal ein bisschen Speed geben hier wo ist hier Dickerchen na wo versteckst du dich da ist er genau guck mich böse an guck mich böse an zeig's mir so genug Geld für alle drei habe ich jetzt so findest du keine Route zu dem Ding? warte seh nicht scheiß dann müssen wir das anders machen und da findet man die zum Sorge nicht okay das ist gar nicht der na ok warum immer der so rumzickt ist hoffentlich kein richtiger Sturm so nehme ich alle drei nehme ich alle drei naja naja mach 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 ich wollte den ausrunden lassen genau so war das und hier mal ein paar weg ok Gott sei Dank nicht so der Heavy Sturm Fahrzeuge fettet ist ja nichts neues und auch hier ist schon eher was neues normalerweise nur bei den Fleischfressern Saurier kann freigelassen werden das gucken wir uns im Slow Mode an oh Gewitter ok Moment äh da wollte ich nicht hin da will ich hin hier hatte ich doch erst so ein Ding gebaut da ich hab's geahnt dass wenn ich das Geld ausgebe für die Dings jetzt muss ich das mal da hin der fährt aber ganz schön langsam hier ich warte jetzt extra mit dem anderen ok sieht schon mal gut aus Buchgabeplätze voll na tolle Wurst so wo ist der Bucher schon wieder da Reparatoren dauern noch ein bisschen aber kann sich noch drum kümmern da hinten hmm 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 feine sache ist ja relativ gut überstanden diesmal habe schon schlimmere stürme erlebt so jetzt zu euch ihr lieben so die sind hier dann kommt ihr hin wo hier sind noch im zorn verdammt trofäer hätten eine menge dinos sicher nicht heute kommt vorher an bevor die ankommen mit der der zorn noch repariert wird ja dort ja doch ein weichen alle sind produkttransport wird durchgeführt bestätige produktzustellung jetzt noch wirst du wo der rentier bleibt das ist doof produkt zugestellt okay pausiert einsam das ändert sich also gut dass ich mehr als eingemacht habe sand, wasser, wald wald ist da, fisch, fisch brauchen wir, okay so, wasser, wasser, wasser also aber, dass ich nicht mehr als im wafer habe und hier also die muss er mir hier jetzt mit terrierbeschwingung also hier und Okay, dann machen wir erstmal Sand. Okay. 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 So. Hm. Wiege... nein. Da oben war das. Muss ich mal überlegen, wo ich was finde. Obwohl ich schon so oft benutzt hab. So, das Einsam lässt sich bestimmt noch machen. Wasser. Noch mehr Wasser und Fisch. Äh, ok. Scheiße, jetzt habe ich eine Sache nicht bedacht. Ihr werdet es mir nicht glauben. Verdammter Mist. Wo ist es denn? Futter, Futter, Futter. Ist nicht hier oben irgendwo? Fleischfresser. Nichts, wo war das mit dem Futter? Da. Ah. Habe ich das wirklich vergessen? So, Wasser. Wasser. Wasser warm. Okay. Ich brauche mal einfach den Zorn hier neu. Ich glaube, das wäre eventuell noch eine gute Ecke für ein Hotel. Finde ich. Vielleicht mit Blick auf die Fleischfresser. An sich eine gute Idee, glaube ich. Trophäe halten auf dem Weg zum Erfolg. Ja, ich weiß, Fisch braucht ihr. Sollt ihr kriegen. Und wenn es hier fertig ist. Mal schauen, wie es mit meiner Idee zum Hotel aussieht. Glaub ich gar nicht immer so schlecht. Oder auch mal nicht so gut. Mal abreißen. Dann. Der sollte eigentlich auch weg. Mal schauen, ob ich den auch schön rundherum bauen kann. Das klappt, ok. Dann machen wir den erstmal so. Und jetzt zum Strom. Hier die Stromleitung. Okay. 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 Du hast noch keinen Strom. Perfekt. Fisch ist fertig. Auch schön. Hier geht es nicht. Okay. Wollte ich ihn jetzt noch machen. Attraktion. Kann man hier noch so ein schönes Ding bauen. Ich hoffe, da. Okay. Okay. Wom auch immer. Kein Strom. Wer denn? Kein Strom. Wer denn? Kein Strom. Eine tolle Wurst. So. Das ist schon mal gut. Gut. Aber ich muss dringend was erforschen. Ich werde mich langsam knirsch. nicht. Das nicht. Das nicht. Das glaube ich auch nicht. Oder vielleicht doch das. Gaskomfortstrom. Warum? Nee. Hm. Das ist eine Unterstützungsanlagefortschritte. Ich verbesserte Aussage. Okay. Hm. Eieieieieie. So. Jetzt wollte ich mir die Jungs wenigstens mal noch angucken. Wo seid ihr? Da ist einer. Schon cool. Erstmal schön am Fressen. Njam, 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 njam. Hm. Lecker, lecker. Fisch, fisch. Boah. Ganz schön verfressen, der Typ. Boah. Zufrieden sind sie. Das ist schon mal gut. Bedeutet weniger Panik und sowas. Nächster Stern bei einer Million pro Dollar. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ticketverkäufe. Einrichtungen. Mal schauen, was sich da noch machen lässt. Toilettenversorgung muss noch ein bisschen. Schutzraum ist in der Ecke natürlich auch noch nicht. Essen und trinken. Also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Für heute war es das allerdings. Hat wieder Spaß gemacht. Ja. Was soll ich sagen. Also macht natürlich Spaß. Aber im Endeffekt ist es halt wie der erste Park. Also wie Jurassic World Evolution. Eins mit ein paar Zusatzfeatures. Ja. Macht trotzdem Spaß. Okay. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Mit dem Ziel. Die 5 Sterne voll zu kriegen. Bis dahin. Bye.